...ein kärrischen Fenster auf Baubere-Poschle und ein Beurre-Mollerei und Merz en Luminure. René, ich bin Historiker und Gebergi von Voldighofen, haben Sie den Natron Katz gekannt? Ja, ich bin noch ein Krieg. Im Verte der Liberation hatte ich die Mission für das Reden von Kierhofen, von den Gefallenen. Und der General de la Tassini hat mich gefelicitiert. Er hat gesagt, ich habe mich mit Waffen wertgemacht und jetzt brauchen wir Männer wie er, um unseren Frieden weiter zu schaffen. Das ist eine schöne Annetode. Und warum hat er sich so tief für die Geschichte von Voldighofen interessiert? Ich war vier Jahre in Französisch und vier Jahre in Deutsch. Ich habe nicht richtig Deutsch und nicht richtig Französisch gekannt. Und dann habe ich, wenn ich ein Vokabular zu lehre, habe ich geschrieben, was in den Büchern gestanden ist von Voldighofen. Und in der Archive noch gesucht. Und dann, als ich so eine ziemliche Gewöhnung hatte, haben sie gesagt, das können wir, können wir ein Buch machen. Und dann haben wir die Suche angefangen, einen Editor zu finden, aber es hat gesagt, das bleibt. Merci vielmals. Also, wenn ihr mehr erfahren wollt, über die Arbeit von René Mineri oder über das Programm von der Mediathec Nathan Katz in Voldighofen, www.voldighofen.com Und wir wissen ja, was wir sehen, was wir sehen, was wir sehen.